Hi zusammen, hier ist Zizazu und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön seid ihr wieder mit dabei. Heute sind wir mal draußen und heute tanzen wir zu Hit It von den Black Eyed Peas und zu Weedle. Ich zeige euch hier die Choreografie dazu und ihr könnt mitmachen. Also wenn ihr ready seid, dann würde ich sagen, legen wir jetzt los. Okay meine Lieben, legen wir los. Also, das Lied fängt an, er sagt one time, das heißt wir machen one time, okay? Das ist auf Akzent, das ist ein Akzent. Also die Füße auseinander, rechter Arm und dann haben wir I hit it one time, boom. Und dann sagt er two times, boom, boom. Okay? Also dann nehmt ihr rechter Arm, geht nach rechts und macht Hit und dann dasselbe mit links, Hit. Nochmal von Anfang an, wir haben one time, eins. Und dann sagt er two times, hit, hit und dann sagt er three times und dann machen wir eins, zwei, drei. Und Arme nach unten. Das heißt, Hüfte geht nach links, Arme auf, dann nach rechts, Hüfte nach rechts, Arme so und dann Arme nach oben und wieder nach unten. Das heißt, hit, hit, boom, boom. Okay? Machen wir das nochmal von Anfang an. Er sagt, I hit it one time, boom. Und dann two times, hit, hit, three times, zack, zack, zack. Four times, viermal, also vier Hit. Nehmen wir rechter Arm, wir haben rechts, dann links und wieder rechts und links. Also, ihr nehmt rechter Arm, wir haben. Hit, hit und hit, hit. Von der Seite. Hit, hit und hit, hit. Gut. Sehr gut. Also, wir sind hier angekommen. Eins, zwei und drei, vier. Okay? Sehr gut. Nochmal von Anfang an. Er sagt one time, eins, dann two times, eins, zwei, three times, eins, zwei, drei, vier times, four times, eins, zwei, drei, vier. Weiter von hier. Jetzt geht's los. Wir haben eins und zwei. Rechter Arm, linkes Bein. Eins und zwei und drei nach vorne und vier. Okay? Nochmal. Wir haben eins und zwei und drei und vier. Von hier haben wir und fünf und sechs und sieben und acht. Machen wir das nochmal. Das ist und, rechtes Bein, auf, dann Brust rein, Brust raus und rein und dann wieder auf und Brust rein, auf, rein. Okay? Das ist dann und, boom, boom und boom, boom. Gut. Machen wir weiter. Von hier haben wir Schritt mit links. Links, 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 das ist auf und und eins. Okay? Das ist links, rechts und die Arme gehen nach rechts, Füße zusammen und dann mit rechts, links, rechts, links und die Arme gehen nach links, Füße zusammen. Das ist für manchen vielleicht ein bisschen tricky, aber einfach üben, üben und dann könnt ihr das. Okay? Wir haben und eins, zwei und drei, vier. Sehr gut. Okay? Machen wir das. Wir haben diese Hits gehabt. Okay? Eins, zwei, drei, vier und jetzt haben wir, Achtung, zusammen. Wir haben eins und zwei und drei und vier und fünf und sechs und sieben, acht und eins und zwei und drei und vier. Okay, dann von hier machen wir weiter. Wir haben rechter Arm, wir gehen nach links, boom, mit dem Kopf bis hier und dann haben wir Hits mit der rechten Hüfte, boom. Wir haben eins und zwei und dann kommen wir zusammen, das linke Bein zum rechten und dann im Lied sagt sie, baby, baby. Dann machen wir, baby, baby. Okay? Und so richtig frech mit dem Kopf, baby, baby. Wir sind angekommen hier. Wir haben Schritt, Schritt und Schritt, Schritt und weiter. Boom, hit, bam, bam. Dann machen wir weiter. Von hier, baby, baby. Von hier gehen wir nach links. Okay? Die Arme nach links, linkes Bein links, dann nach rechts und dann wieder nach links und Kopf. Nochmal. Von hier, baby, baby. Und wir haben links, rechts, links, Kopf. Dann von hier Slide, Slide, Füße zusammen. Okay? Okay? Nochmal. Von hier, baby, baby. Wir haben links, rechts, links, Kopf und Slide. Boom. Und Brust raus, Arme raus. Das ist das linke Bein. Du nimmst das linke Bein nach links mit dem Kopf. Boom. Yes. Okay? Nochmal von hier, baby, baby. Und wir haben links, rechts, links, Kopf und Slide. Und boom. Weiter. Von hier haben wir eins und zwei. Und das ist auch so einfach ganz easy und cute. Boom und boom. Wir haben rechtes Bein, linker Arm. Zack und zack. Machen wir das alles zusammen von hier. Baby, baby. Wir haben links, rechts, links, Kopf und Slide. Und boom. Und zack, zack. Achtung. Von hier haben wir rechter Arm, rechtes Bein. Boom. Also einfach hier bis hierhin. Dann drehen direkt. Gucken. Und dann macht ihr vier Schritte mit links, links, rechts, links, rechts und stehen. Genau. Und das Stehen dürft ihr irgendwas machen, was ihr möchtet. Okay? Gut. Also, ich hoffe, ihr kommt gut nach. Wir machen das Ganze von Anfang an. Wir haben fünf, sechs, one time, hit. Dann two times, hit, hit. Three times, boom, boom, boom. Folltimes und hey, hey, tack, tack. Wir haben eins und zwei und drei und vier und fünf und sechs und sieben, acht. Und eins und zwei und drei und vier und fünf und sechs und sieben, acht und eins und zwei und eins und zwei und drei und vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und pause. Okay. So, ich hoffe, ihr kommt gut nach. Falls nicht, einfach bitte zurückgehen, nochmal anschauen. So, meine Lieben, machen wir das Ganze nochmal von Anfang an, alle zusammen. Und dann denke ich, dann sollte das klappen. Also, acht und fünf, sechs, one time, hit. Dann two times, hit, hit. Three times, boom, 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 boom. Four times und eins, zwei, drei, vier, acht und eins und zwei und drei und vier und fünf und sechs und sieben, acht und eins und zwei und drei und vier und fünf. Sechs, sieben, acht und eins und zwei, drei, vier und fünf und sechs und sieben, acht und eins und zwei und drei und vier und fünf, sechs, sieben, acht stehen. Gut. Sehr gut. So, meine Lieben, das war mein Dance-Routory zu Hit It von den Black Eyed Peas und Sobidi. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, vergesst nicht, Daumen hoch. Ihr könnt natürlich auch meinen Channel abonnieren, wenn ihr möchtet, dann seht ihr immer meine neuen Videos. Und wenn ihr das Tanzvideo dazu sehen möchtet, mit Musik, dann bitte einfach auf das andere Video klicken, das ich verlinkt habe. Und markiert mich in all meinen Social Media Accounts mit dem Video, das ihr tanzt, dann werde ich euch reposten. Also, ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.